Musik Irgendjemand muss doch hier sein Nicht gut David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus, steht hier drin Sollt ihr den Typ suchen? Ich bin hier drin Ja, ich bin schon. Oh Gott. Aufmachen! Schnell! Aufmachen! Macht die verdammte Tür auf! Ah, du Scheiße! Scheiße! Die sind überall! Komm schon! Verdammt! Heiß auf! Sei stand! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte... Ich konnte nicht... Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte ich, wär früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon. Nur das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut. Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. So habe ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Bitte. Untertitelung des ZDF, 2020